So Freunde, ich begrüße euch zurück zu einer neuen Folge von Metroid, aber ähm, ja, wir sind immer noch im Sektor 1 unterwegs, nach dem letzten paar Items hier auf der Suche, und da haben wir das nächste auch schon. Ach ja, mal gucken, ob wir heute Sektor 1 abschließen werden. Mh, ah, okay. Da haben wir so ein Ding. Na ja. Aufräumen, wenn es mich nicht stört. So, Supermissile. Zack. Aua. Verschwindet. Geht weg und kommt nie wieder. Wie komme ich denn jetzt eigentlich hoch? Das wäre jetzt meine Frage. Ich weiß nicht, ob ich von hier einen guten Zugang habe. Ah ja doch, sieht doch gut aus, aber wenn ich jetzt einfach... Ja. Und der 59. im BSI-Container gehört uns. Beziehungsweise der eigentlich... Ich glaube, 5 hatten wir am Anfang, oder? Ne, 10. 10 hatten wir am Anfang. Also eigentlich eher 49. 50. Ah, egal. Naja. Hier das Loch in der Wand zu finden hat auch ewig gedauert damals. Ach, guck mal, jetzt falle ich sogar schon runter hier. Gut. Sonst ist hier auch nix, ne? Ist ja, ist ja okay. So, dann haben wir hier im Bossraum, ne? Alle klar. Aber wir können ohne Probleme eigentlich raus. B, C. Ach, das ist gar nicht der Bossraum. Wo ist denn der Ausgang hier? Wo ist denn der Ausgang hier? Doch, eigentlich unten, ne? Wahrscheinlich muss ich runter. Okay. Irgendwo irgendwie da runterfallen mich, damit, äh... Ups. Wenn ich da lande, wo der Boss war. Aber gut, dass hier nichts mehr ist. Ich hab jetzt eventuell schon verkackt und dann, äh... Wenn ich später noch... Hm, hm, hm. Noch mal einigen muss. Äh... Spaß macht das! Boah, sowas werde ich mal... einmal wuscheln, ne? Scheiße, wundertfällt. Zieh dich. Uh, ja, ne... Okay. Ich bin hier gelandet. Du glaubst. Uh! So, und hier rein. Juhu! So! Schön, dann kann ich einfach raus. Einfach raus, hab ich gesagt. Was ist los mit der Wii U? Warum musst du so lange laden? Ja. Sehr peinlich. So! Mh... Sind wir jetzt schon in dem... Ne. Also ja, doch. Das muss ich grad überlegen. Und wir müssen... Ja. Gut, wir können das Item ja eben holen. Wir müssen ja eh später wieder zurück, ne? Aber wir können auf jeden Fall ins Biowappenlabor auch noch. Das stand ja auch noch im Plan. Ähm... Ah, es leuchtet von dem Raum aus. Also wird das hier sein, denke ich. Ah ja, da oben ist auch irgendwas, glaub ich. Ah! Mal auf jeden Fall. Ähm... Ah, stimmt. Hier ging's nach oben, ne? Ja, dann wird das... Moment. So gehen. Einmal nach oben, bitte. Und screw nicht hier einfach mal lang. Ja. Oh, sogar ein Tankbauteil, glaub ich, weil das rot ist. Ah! Nice! Yeah! Ja! Und damit dürften wir, glaube ich, alle Energy-Tanks haben, wenn ich mir hier zum Teufel... Also vielleicht gibt's doch noch mehr. Ne, warte mal, ich wäre mal 8, ne? Der macht noch gar nicht 10. Ich bin ein Lügner, es kommen noch zwei. Einfach nur ein Lügner, immer weiß. Ah, ich verwirr mich einfach immer nur selbst. Ja, komm, jetzt verziehe ich dich. Ich bin einfach nur hier rein. Äh... Schwein wir natürlich ab. Warum nicht? Bl-activated. Bl-activated. So, gehen wir jetzt erstmal ins Biowaffen-Labor, dann machen wir das auf den Rückweg. Ja, machen wir auf den Rückweg, würde ich sagen. Ich hab Bock, den Insektor hier zu beenden. Oh mein Gott. Läuft das hier langsam, oder kommt das nur so vor, oder? Oh ja, das läuft sowas von langsam. Ach du Scheiße. Zu viel Gegner auf dem Bildschirm. Okay. Ganz am Ende erst, vom nächsten Raum. Screw hier mal rüber. Screw hier mal nicht rüber. Ah, ich muss ja auch noch hier... Ätzend. Schön. Also irgendwie ist meine Wii U, glaube ich, am Abkacken oder so neuerdings. Aber wie häufig der laden muss. Ist ja irgendwie nicht mehr normal. So. Hier am Ende jetzt irgendwo. Ach, das war der Muck hier. Kann mir aber egal sein. Ich kann einfach so das tun. Okay. Die Frage ist jetzt... Ist das hier oben oder eher so im Wasser? Eher so im Wasser wohl, wa? Hm. Ärgerlich. Ach ja, guck mal. Blablabla. Nummer 60. Wird gar nicht mehr viel. Wie ruckelt. Was ist da los? Also was heißt ruckelt? Es ist halt einfach... Es wird langsam. Ah, das war der eine Raum, den ich mal in Erinnerung hatte, ne? Ja. Wo man das schon gesehen hat von außen. Und es sahen, glaube ich, nach einem Energietang aus, wenn ich mich nicht wollte, ne? Warte mal. Erstmal. Ne. Ne, ist falsch. Ne. Ne, das ist doof. Wollen wir mal wieder anders machen. Genau da oben. Hm. Wie kommen wir denn nochmal nach oben? Und ich habe ja schon den Vorteil, dass ich hier ein bisschen rumscrewen kann. Und das Leben so ein bisschen einfacher machen kann. Ha. Alter. Nice one. Habe ich es einfach mal so gemacht, würde ich sagen. Okay, Problem ist... Geht das? Und nicht so hoch. Ja, so ist immer nicht. Ne, irgendwie nicht. Uiuiui. Ist doch noch zeitlich bedingt. Ähm. Warum? Was tust du? Hm. Komme ich denn dann höher? Hm. Hm. Ja, ja. Ist doch gut. Oh, geht doch. Ah. Warte mal. Aber... Scheiße. Alter. Du sollst dich nicht an jeder Pfand festhalten. Ja. Geht es mal wieder, diese Kamerafahrt. Warum ist es echt ein Energie-Tank? Oder ein Tank-Bauteil? Weiß es nicht. Mir ist es im Endeffekt egal. Das hindert ja nichts am... Am Ende. Ey, es ist beschissen. Äh. Weiß es. Vielleicht ist es auch nicht der legale Weg, den ich hier gerade mache. Aber ist mir eigentlich relativ egal. Und ich kann ja auch eigentlich... Wenn das ja... Wenn ich da hochkomme... So, dann dürft ihr eigentlich auch bis ans Ende kommen, oder? Ja, so nicht. So nicht! Ich... Ich hasse mein Leben. Oh, warte mal. Ich komme noch ein bisschen höher. Jetzt füge ich wieder nicht länger. Ja, danke. Prrrr. Why? Das hat doch eben einmal geklappt. Ich weigere mich jetzt aber auch so ein bisschen den echten Weg rauszufinden. Wenn ich weiß, was das sein soll. Wäre schon mal echt hilfreich. Wenn Samus nicht beschissen wäre und einfach mal direkt wieder dann losspringen würde nach so einem Walljump. Warte, macht sie ja auch nicht. Ähm... Ähm... Ähm, achso. Warum ich mir jetzt dabei gedacht habe. Man! Ich werde jetzt hoch. Das kann doch nicht sein. Ich habe mich dann schon mal festgehalten. Das ist ja das Schlimme. So. Machen wir es einfach so, würde ich sagen. Klangbauteil. Gerade kam mir die Idee erstmal ja vielleicht eben hier. Muss man nur rum hin? Ne. Okay. Mein Gott. Wo muss ich denn jetzt überhaupt hin? Also, wo ist der eigentliche Weg weiter? Okay. Da in die Ecke. Na ja. Brrrr. So. Ach komm. Spanieren brauchen wir nicht. Er schwindet. Oh! Hahaha. Das ist ja geil. Ups. Wow. Kann auch schon mal passieren, ne? Aus Versehen. Item sammelt. Gut. Dann weiter. So, hier ist noch eins. Was? Mhm. Ach, guck mal. Hängt da oben einfach rum. So würde ich das haben, ne? So würde ich den Fortschritt hier spüren. So. Was ist alles eigentlich mit dem Dings da auf sich? Irgendwie hier, ne? Da ist ja irgendwie sowas. Das wundert mich ein bisschen. Weiß nicht, was ich überhaupt sagen möchte. Hm. Irgendwas, wo man nicht mehr hin kann. Ich weiß nicht. Ich gehe einfach weiter. Hm. Achso. Nehmen wir den schnellen Weg. Piuuuu. So, da sind wir. Ja, da sind wir jetzt hier. Sehr schön. Hm. Hätte der sein können. So, hier rechts. Äh. Oh. Da drin. Kann man da mal irgendwie rein? So ganz casual. Achso. Mhm. Alter. Schön sneaky gang. Okay. Cool. Dann würde das Ding hier einfach am Ende rumstellen, oder? Ja. Ronk, Ronk, Ronk. Ronk, Ronk, Ronk. Ronk, Ronk, Ronk. Ronk, Ronk, Ronk. Ronk, Ronk. So, ist hier noch was? Ja. Ah, das werde ich mal in den Bogen gehen. Aber ist okay. Wann waren wir denn hier nochmal? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Aber meine Erinnerungsvermögen ist ja sowieso. Ich bin Arsch. Ah, ja, doch. Warte mal. Den Raum nehme ich auch noch. Aber gut, hier ist nichts. Hier hatte ich, glaube ich, einen Bogen gefunden, ne? Irgendwo. Irgendwie bin ich auch das Gefühl ein bisschen langsamer, wenn ich so... so mache. Einfach nur, weil das Spiel einfach vorhin die Brüche geht. Ja, speichern zur Versager. So. Ah, ja, guck mal. Ähm. Okay. Ach, ja, guck mal. Da komme ich hier einfach... Äh! Da muss ich aber rein, Leute. Aha! Unsichtbare Wand. Ah, hm. Ich sehe schon. Ah, komm ich da trotzdem irgendwie hin? Ah, weiter ja nicht. Hm. Ja, dann werde ich da wo irgendwie anders hin kommen. Na, dann will ich gerade nochmal eben schnell zurück und speichern, ne? Für alle Fälle. Ja. Dann kommen wir mal in den Kampf gegen meinen Lieblingsgegner. Wuh. Wuh. Dann wollen wir mal. Äh. Äh. Oh. Ups. Ups. Mein Gott. Haha. Haha. Aha. So weit durch mit dem Thema, ey. Danke. 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 Vielen Dank. Vorhin sind wir wieder an dieser Stelle. dass du hier so einen wunderbaren Job gemacht hast. Hä? Warum? Ich hasse diese Gegner. Ich hasse sie einfach nur. Die ergeben einfach keinen Sinn. Warum hast du dich jetzt geheilt, Alter? Ich hab dich doch getroffen. Was will... Was soll ich denn noch tun? 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 Ich habe das noch tun? Ich will das mal tun. wird es einfach. Ist einfach so scheiße. Oh, ja, danke. Einfach nur noch anstrengend, ey. Wird auch gefühlt einfach immer anstrengender. So. Oh. Das ist ein Generationstank. Juhu. Okay. Äh, ja gut, dann haben wir den. Das ist ja schön. Aber, wie kommen wir da hin? Hm. Oberst Grün kann ich ja nicht. Seienbar. Was schon echt ganz schön dämlich ist, wenn man so nachdenkt. Ich habe doch gesehen, da ist irgendwie eine Tür auf der anderen Seite, ne? Auch sehr merkwürdig, finde. Guck gerade mal. Ich habe ja auch nichts. Äh, äh, äh. Was soll das? Äh, äh. Hier, da ist eine Tür. Muss ich da wohl durch die Tür rein? Ach, wie komme ich zu dieser Tür? Man sieht das sogar auf der Map. Hä? Ach, wir sollen da eine Tür hinführen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich verstehe es nicht. Da oben irgendwas. Nee. Wobei, da könnte so ein, ne? So ein Mothballweg sein. Ich meine, hier ist irgendwie überall einer. Mal ganz abgesehen davon. Warte mal. Weil dieses Ding, ne? Hat das zu bedeuten. Wir sind hier, glaube ich, schon mal lang gefahren. Irgendwie da oben, ne? Das könnte schon sein. Okay. Okay. Anstrengend. Vor allem bei dieser Hitze. Hm. Hm. Mhm. 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 Das ist ja auch nichts hier. Hä? Das verstehe ich irgendwie nicht. Ich kann den auch gar nicht mehr betätigen hier. Ja. Ich peil's nicht. Ja. Dann würde ich sagen, beende ich einfach die Folge an der Stelle. Wir schauen das nächste Mal nochmal hier weiter. Vielleicht werde ich mich einfach mal informieren, weil ich habe jetzt eigentlich keine Lust hier eine Folge lang nur rumzusuchen. Von daher bis zum nächsten Mal. Tschööö. Tschööö